Jagerlu, das Musikmagazin und bei mir sind Sascha und Nikolas von Jupiter Jones derzeit auf Tour. Erstmal herzlich willkommen und wie läuft die Tour denn? Moin, die Tour läuft zu unserer Zufriedenheit, möchte ich sagen. Macht Spaß. Ja, gutes Ding. Im vergangenen Jahr habt ihr auch irgendwie die Nokia Night of the Proms, da hat Uti nämlich eine tolle Fanfrage schon rüber geschickt irgendwie. Wie war das so für euch, so in diesen riesigen Hallen zu spielen und wer war alles dabei? Das war ziemlich abgefahren, also es gibt glaube ich wenig Möglichkeiten für Musiker mal in so krass großen Hallen ausverkauft durch ganz Deutschland zu touren und dann noch mit so 70-köpfiges Orchester hinter einem. Die haben, das ist einfach eine Macht, die von hinten so bläst und da kriegst du jeden Abend eine Gänsehaut. Und dabei waren Mick Hacknell von Simply Red und die Ute Anastasia. Und der allseits gegenwärtige bei der Night of the Proms ist, wie heißt der noch mal? Jetzt haben wir den Salat, ne? Jetzt überle ich aber mal. Warte mal. Da bin ich ja froh, dass es nicht nur mir so geht. Mr. Whisky. Mr. Music. Mr. Music, wie heißt der denn noch mal? Es tut mir leid. Mal gucken, ob die Uti das hier draufgeschrieben hat. John Miles und Naturally 7. Die waren auch mega. Also die machen Instrumente mit dem Mund und so. Das ist total abgefahren. Die sind auch eine mega, also mega sympathische, geile Truppe, die ihr echt in Stimmung gemacht habt jeden Abend. Reizvoll, sowas noch mal zu machen, ja? Grundsätzlich schon, ja. Also das hatte für mich vorher so einen leicht piefigen Charakter. Hat es aber, wenn man dabei ist, überhaupt nicht. Also die Leute sind alle nett. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwie vor so Rentnergrüppchen spielt. Also die Leute sind auch ziemlich steil gegangen im Publikum. Also von daher, wenn die noch mal fragen, ich glaube, das würden wir wohl noch mal machen. Und es war sehr angenehm. Drei Lieder am Abend. Es kommt auch dem gewichtigen Frontmann zugute. Es ist nicht so anstrengend. So gewichtig ist der Frontmann ja nicht mehr. Ja, aber jetzt nach der Tour ist, glaube ich, ein bisschen was runter. Ich habe mir angewöhnt, mich auf der Bühne zu bewegen. Ich hatte neulich einen Schrittzähler dran, habe ich auf der Bühne knapp sechs Kilometer gemacht. Mit Hüpfen und allem. Trainierst du denn noch mit Björn, hieß er, glaube ich, ne? Ey, du bist echt gut informiert. Ich trainiere im Moment nicht mit Hallo Björn. Es tut mir leid. Im Moment nicht, weil mit den Plattenaufnahmen, danach ging sofort die Promo los. Jetzt sind wir auf Tour. Aktuell nicht. Mein Rücken dankt es mir auch. Es tut permanent weh. Aber sobald es wieder geht, werde ich auch wieder mit Björn trainieren. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, Plattenaufnahmen, du hast schon gesagt, das Gegenteil von allem ist seit Oktober draußen. Ihr habt so einen Zweijahresrhythmus, so mehr oder weniger. Ist das Zufall oder braucht ihr einfach immer irgendwie die Zeit, um neue Musik zu schreiben? Es waren sogar zweieinhalb fast dieses Mal, was ich echt sehr grenzwertig finde. Also ich finde so, zwei Jahre ist ein ganz guter Rhythmus, weil man nimmt meistens so zwei Festivalsommer mit. Man macht eine ausgenehnte Tour am Anfang, dann macht man nochmal hintendran eine Tour. Da muss man sich auch mal so ein bisschen erholen und irgendwie neue Kreativität irgendwie sammeln oder muss entstehen. Also von daher sind zwei Jahre echt so ein Zeitraum, der, finde ich, angemessen ist irgendwie. Du musst halt auch bedenken, der ganze Prozess des Songwritings, wenn man im Studio ist, bis das Ganze gemischt ist und dann bis die Promo losgeht. Das dauert halt alles Monate. Also an so einem Album arbeitet man teilweise ein ganzes Jahr. Also von daher sind zwei Jahre eigentlich auch schon immer sehr sportlich, wenn man das in so einem kontinuierlichen Rhythmus beibehält. Aber ihr seid immer noch irgendwie in der Republik verstreut und macht das immer noch so mehr oder weniger jeder so für sich im stillen Kämmerlein? Ja, wir haben so das Geh, wohin dein Herz sich trägt, beibehalten. Also ich bin in Münster geblieben. Die Herren Aigner und Becker von der Gitarren- und Bassfraktion wohnen in Hamburg und unser Schlagzeuger wird für immer in der Eifel wohnen. Der hat da mit seiner Freundin zusammen so ein Bauernhäuschen und wohnt bei unverbaubarem Ausblick am Arsch der Heide, auf Deutsch gesagt. Aber der steht drauf. Also von daher, das wird bei uns auch gar nicht funktionieren, wenn wir uns alle in einer Stadt zentrieren würden. Nur damit wir halt kurze Wege haben. Wir halten es dann lieber dabei, dass jeder da wohnt, wo er sich wohlfühlt und das tut uns allen gut. Wahrscheinlich dann so eine Art Fernbeziehung, die dann im Zweifel auch besser oder länger funktioniert. Kann man das so vergleichen? Also es fühlt sich oft leider nicht wie eine Fernbeziehung an. Ihr habt also keinen Sex über Skype? Nein, Gott sei Dank. Oh Gott. Wir sind ja so viel und so oft zusammen. Also im Studio, auf Promotour, auf Tour dann. Also da entsteht das Gefühl von Ferne irgendwie gar nicht so richtig. Ich habe mir irgendwie gestern Abend dann auch nochmal unser allererstes Interview angesehen. Also das katatonische Gefühl so, die, keine Ahnung, der Stillstand, die Lethargie ist jetzt also definitiv weg. Der Erfolg natürlich irgendwie definitiv da. Also gerade nach Still, nach der Nummer. Seid ihr immer noch so, keine Ahnung, so easygoing wie damals? Oder merkt ihr, dass ihr euch in der einen oder anderen Weise auch ein bisschen verändert habt? Naja, also ich glaube, das kann man nur wirklich gut von außen beurteilen, inwiefern wir uns menschlich verändert haben. Aber ich glaube nicht, dass wir uns großartig verändert haben und wenn, dann auf eine gewisse Art und Weise zum Positiven, zumindest was uns selber angeht. Wir haben alle viel mehr Ruhe gefunden. Also wenn man es jetzt ESO-mäßig klingen lassen möchte, dann haben wir alle mehr in Richtung unserer Mitte gefunden, was ganz gut ist. Und ansonsten, also wenn man zu uns in den Tourbus steigt, ist es immer noch das gleiche Chaos und der gleiche Penela-Humor und die gleiche Klassenfahrt wie vor noch ein paar Jahren. Und nur mittlerweile mit viel mehr Leuten. Mittlerweile sind wir mit 15 Leuten unterwegs. Aber es ist immer noch, glaube ich, weit von, das wage ich jetzt mal zu behaupten, weit von Star-Allüren und von merkwürdigen Anwandlungen. Wir machen das auch schon viel zu lange, als dass wir jetzt plötzlich an der Kurbel drehen müssten. Das wäre ein bisschen albern. Aber zumindest gibt halt der Erfolg einem so ein bisschen Sicherheit, gerade auch in finanzieller Hinsicht. Also jetzt nicht, dass man unbedingt in Geld schwimmt, aber zumindest irgendwie von der Musik leben kann. Was war euch denn wichtig jetzt bei das Gegenteil von allem? Soundmäßig hat sich da ein bisschen was getan? Ich höre ja immer so einzelne Instrumente oder so. Ich bin ja leider so nicht der Experte, was so Arrangements angeht. Hast du irgendwas Neues dabei? Ich finde das immer sehr schwierig, über solche musikalischen Details zu sprechen. Was mir wichtig war, dieses Mal war, Schlagzeug, coole Schlagzeugbeats zu haben und trotzdem irgendwie das gepaart mit eingängigen Gitarrenriffs und Melodien. Klar, der Sinti ist wieder am Start, vielleicht noch ein bisschen mehr so homogen und eingebettet, als es beim letzten Album der Fall war. Und der Gitarrensound war mir unglaublich wichtig, dass man dieses Mal nicht so einen Gitarrenbrei hat oder so eine Gitarrenwand, wo man überhaupt nicht mehr raus hat, was da irgendwie gespielt wird, sondern dass es ganz klar und eindeutig eine ganz, ganz kraftvolle, hörbare Gitarre ist. Und das alles zusammen ist größtenteils der Sound dann auf dem Album geworden. Mit der 4-Up-Single, denn Sie wissen, was Sie tun, habt ihr einerseits eine alte Tradition aufgegriffen, also Musik auch for free rauszugeben. Andererseits natürlich so ein bisschen auch auf den Beef reagiert, denke ich mal, den es da gab mit dieser komischen Südtiroler oder Tiroler Band, die dann komischerweise ja auch reagiert hat, indem sie jetzt das neue Stück irgendwie still genannt hat irgendwie. Fühlt man sich da geehrt oder verarscht oder wie geht man damit um? Also zuerst mal war das, also es hat bestimmt Einfluss genommen auf die ganze Sache, allerdings ist, denn Sie wissen, was Sie tun, bestimmt kein Song für diese Südtiroler Kapelle. Da Sie alle zu Unaussprechlichen machen, die irgendwas dagegen haben, wollen wir den Namen auch nicht nennen, um nicht noch mehr Publicity zu generieren. Nennen wir sie doch Voldemort. Voldemort, genau, ja, die Unaussprechlichen. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist bestimmt im Zuge dessen passiert, allerdings, finde ich, sieht man daran, dass die so einen Erfolg haben, dass halt einfach unfassbar viele Menschen auf so einen Stumpfsinn anspringen und ansprechen. Und von daher ist der Song eher für die Menschen. Ich meine, dass diese Kapelle unbelehrbar ist, haben sie jetzt oft genug bewiesen und da muss man nicht auch noch Wasser auf die Mühlen bringen und da jetzt großartig so einen Hip-Hop-Beef anzetteln. Also, und das wäre mir auch, ehrlich gesagt, zu viel Arbeit und zu viel Atem gewesen, für die einen Song zu schreiben. Also, das wäre mir zu doof. Das machen die für ihre Gegner und fühlen sich dann total töfte in einer Opferrolle. Brauchen wir nicht. Dass die ihr Ding jetzt still nennen, ich weiß es nicht, also interessanterweise ist in der Deluxe-Box ja auch ein Kopfhörer drin. Ich kenne da noch so eine deutschsprachige Band, die auch eine Deluxe-Box mit Kopfhörer rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion ist oder ob die einfach zu doof sind, um eigene Ideen zu haben. Ja, also ich meine, Voldemort hat halt gedacht, denkt sich halt so, ja, anplagt. Das erste, was einem so zu einfallen ist, ist still. So, ist halt total stumpf. So, und deswegen haben sie einfach wahrscheinlich nicht großartig nachgedacht und das erste, was ihnen eingefallen ist, haben sie genommen. Ja. Die Kreativität ist nicht so ganz die Stärke von den Leuten. Lustigerweise war so die allererste Party, die ich damals von meiner Schülerzeitung aus dem Bochum in einer Diskothek namens Bugaloo gemacht habe. Hast du es mit Alu? Die hieß, ja, ja, mit Alu, genau. Ich hatte ja damals Yahoo und Bugaloo zu Jagaloo gemischt, gewürfelt. Die hieß nämlich auch, denn sie wissen, was sie tun. Ja. Ja, und da das ein schönes Video ist, schauen wir da mal ganz kurz rein hier. Jupiter Jones, denn sie wissen, was sie tun. Was hier keiner braucht, ist ein weiteres Lied Über die und uns und den Unterschied Das auch von Vernachtung von Tätern kommt Denn wir wissen, was wir tun Denn wir wissen, was wir tun Nein, nein, ich hab nichts gegen Menschen Nein, nein, ich hab nichts gegen Frieden Nein, nein, ich hab nichts gegen Wenn sie wissen, was sie tun, irgendwie schön, Western-Feeling, wo habt ihr denn das gerät? Das ist Phantasialand oder wo war das? Nein, 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 es ist gar nicht so weit weg von hier. Es war in Templin. Du fährst durch den grauesten Teil Brandenburgs. Entschuldigung, aber es ist so. Du fährst tatsächlich durch den grauesten Teil Brandenburgs und plötzlich stehst du mitten in der Westernstadt. Und dann kommt der Marshal der Stadt und heißt Axel. Was jetzt auch nicht so der klassische Cowboy-Name ist. Und da haben wir in Templin tatsächlich bei laufendem Betrieb gedreht. Das war ganz geil. Also da sind dann so die Familien lang gelatscht. Und wenn sie gerade nicht lang gelatscht sind, weil gerade ein großes Indianer-Pow-Wow oder sonst was war, haben wir dann halt schnell unsere Szenen gedreht. Es war sehr, sehr abenteuerlich. Das war jetzt schon abgefahren, ja. Aber nichtsdestotrotz irgendwie, was war denn der Moment oder der Gedanke, als du den Song geschrieben hast? Die Musik hat er geschrieben und ich weiß, mit einem ziemlichen Hals, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber das war auch der erste Song, den ich quasi im Januar so musikalisch gemacht habe. Und ich habe einfach da gesessen und tatsächlich das Erste, was dann rauskam, war dieses Strophenriff. So, und darauf baut man dann auf. Und ja, es war ein bisschen, es war etwas Wut im Raum. Das hört man, glaube ich, auch. Ja, definitiv. Zu welchem Moment kamen Ferris und Jennifer ins Boot? Ich sage noch ganz kurz was zum Text, weil das, glaube ich, ich meine, du bist ja auch sehr umtriebig auf Facebook. Kann man so sagen? Könnte man eventuell so sagen. Wir sind ja connected, wir zwei. Ich finde, da ist so eine Mentalität aufgekommen, so eine Beschwerer-Mentalität. Dass jeder der Meinung ist, er müsste sich über alles beschweren, aber niemand mehr in der Lage ist, wirklich was zu machen. Und das ist tatsächlich ein großer Antrieb für den Text gewesen. Und die Tatsache, dass das Ferris und Jennifer mitmachen, das hat sich im Proberaum schon ergeben. Also wir nehmen immer so grobe Demos im Proberaum auf und da hat sich da schon gezeigt, dass ich das Ganze nur mit dem Sauerstoffgerät einsingen könnte. Weil es echt viel Wort in wenig Zeit ist und natürlich auch alles gekeift und schön weit vorne. Und wiederum ist dann auch im Refrain die zweite Stimme so hoch, dass ich, keine Ahnung, ich hätte sehr enge Hosen tragen müssen. Oder man hätte dich kneifen müssen. Oder ganz böse, ja permanent kneifen, irgendwie sowas. Oder eine Fackel unter den Hintern halten, ich weiß es nicht. Irgendwas hätte auf jeden Fall passieren müssen. Und ja, und da haben wir halt über Features nachgedacht. Und Jennifer war relativ schnell klar, weil wir haben ja auch schon mit Jennifer Rostock zusammen halt auf deren Live-DVD ein Feature. Und auf Ferris kam tatsächlich unser Produzent, der war Arno Tuck irgendwann mal mit dem zusammen. Und Such a Search für all diejenigen, die noch Such a Search kennen, einen Song aufgenommen und hat den Kontakt noch da angerufen. Und wir haben gedacht, oh Gott, oh Gott, im Leben nicht. Und Ferris meinte, ja sicher, ich komme vorbei. Und dann war er plötzlich da, ein hervorragender Typ. Echt einer der nettesten Menschen im Business, muss ich jetzt so sagen. Und voll Profi, durch und durch, total geil. Wo du gerade meintest, dass wir connected sind, ich fand das lustig. Du hast irgendwann mal so vor, weiß nicht, im Sommer war das, glaube ich, gepostet, dass so ein 80-jähriger Rentner bei dir am Bäcker vorbei und da irgendwie den Aufstand gemacht hat. Genau das habe ich auch irgendwie und zwar relativ regelmäßig, komischerweise bei meinem Bäcker. Weil die sind der Meinung, irgendwie, es gibt da so eine Schlange. Und ich meine, man kann ja schon irgendwie darauf achten, wer jetzt reinkommt und wer so als nächstes dran ist. Aber die 80-Jährigen, die sind ja da manchmal richtig so, oh, oh. Die meiste Zeit. Ich frage mich immer, was los ist. Die haben doch nichts zu tun, außer die ganze Zeit durch die Gegend zu laufen und eigentlich nichts zu tun. Ja, aber es ist doch wahr. Die sind dann die meisten, die am unentspanntesten sind und irgendwie dann irgendwie Stress machen, wenn irgendwas nicht schnell genug geht oder so. Komisch. Echt, es ist so eine Generationenfrage. Aber wir haben beide Omas, die würden das niemals machen. Nein, man pfeift immer. Pfeift immer fröhlich durch die Gegend. Rosa und Käthe, die zwei. Die wissen noch, wie es geht. So, und dann, nächstes Single war es Reden und Stolpern. Rennen, ja, genau, Rennen und Stolpern. Und wir sind ja am Reden, deswegen war jetzt der Sprachlapsus da. Aber dafür musstet ihr über den großen Teich. Und irgendwie, das schien wohl nicht ganz so einfach gewesen zu sein. In New York gedreht irgendwie, wir schauen auch mal kurz ran. Wir können rennen, wir dürfen stolpern. Da hast du mich verloren nur, wenn man's vermisst. Lasst uns verstehen und uns erinnern. Für immer reich, genau von mir zu Punkt, wo man vergisst, was gut gewesen ist. Ja, Rennen und Stolpern natürlich. Und ja, wie schon angedeutet, da gab es so ein bisschen Flugangst. Also vorher auch noch nie dort gewesen oder war die Flugangst dann, oder die ist eh immer dabei? Also ich bin ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil ich wäre sonst auch niemals dorthin gekommen. Ich liebe die Stadt mittlerweile. Ich würde es echt, ich habe sie zu meiner Lieblingsstadt erkoren. Ich habe massive Flugangst, ja, ganz, 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 ganz schlimme Flugangst. Ich bin vorhin nur viermal geflogen. Das waren so relative Kurzstreckenflüge nach Bulgarien damals mit der Band und in die Türkei auch mit der Band. Das war nicht ganz schlimm. Und dann kam dieser Vorschlag und irgendwie waren alle pro und ich eigentlich auch. Aber ich habe halt gedacht, ja, mein Gott, das schaffe ich doch im Leben nicht. Und dann durfte ich aber eine sehr liebe Freundin von mir mitnehmen, die die Psychiaterin ist. Und die hat mir dann während des Fluges so ein bisschen die Hand gehalten und hat mir auch ein kleines Medikament gegeben. Aber so, dass ich halt trotzdem noch alles mitkriege, weil sie meinte, wenn wir das machen, dann aber nur mit Lerneffekt. Dann nur, wenn du siehst, dass du jetzt echt hier neuneinhalb Stunden über einen großen Teich schippern kannst, ohne dabei zu sterben. Und das hat funktioniert und ich möchte nochmal nach New York. Was aber nicht heißt, dass ich Strecken innerhalb Deutschlands nicht weiterhin mit dem Zug fahre, weil das sehe ich überhaupt nicht ein. Und Sascha, dir hat so die Gelassenheit irgendwie scheinbar gefallen, ne? Also, dass die Leute halt irgendwie trotz des Drehs irgendwie... Tatsächlich sehr gut informiert. Der Haui, der ist doch ein Journalist der alten Garde. Genau, da sind wir wieder beim Thema hier, wo die 80-Jährigen so unentspannt. Das war unglaublich. Ich habe das niemals so erwartet. Das ist das freundlichste Volk, was ich jemals erlebt habe. Also, es ist schon fast unangenehm freundlich. Also, überall, wo du hinkommst, Hilfsbereitschaft, totales Verständnis. Alle wollen dir irgendwie weiterhelfen und so. Es ist echt ein Traum. Da können sich die Europäer echt mal eine ganz große Scheibe von abschneiden. So, da ich ja auch weiter vorbereitet bin, aber natürlich nicht so viel hier auswendig merken kann. So einzelne Songs. Also, bei Treppenwitz habe ich mir aufgeschrieben, da taucht die Stille wieder auf, die dich verstört hat. Ist es dann so ein bisschen indirekt die Fortführung von Stille, auch mit dem Vermissen oder irgendwie komplett andere Geschichte? Das ist eigentlich eine komplett andere Geschichte, aber ich finde es immer interessant, Themen aufzugreifen. Und ich meine gerade, diese Stille war halt ein großes Thema, Themen später nochmal aufzugreifen und die einfach weiterzuführen. Das heißt aber nicht, dass die Lieder gleich deswegen miteinander verbunden sind. Also, das ist so, ich schreibe so ein bisschen in meinem eigenen kleinen Kosmos und innerhalb dieses Kosmos kommen halt einfach Themen auch wieder. Nicht, weil mir sonst nichts einfällt, sondern weil es einfach für mich Sinn macht. Und solange ein Text für mich keinen Sinn macht, wird auch nicht gesungen. Und das, ja, dann geht es durch die Qualitätskontrolle der Band und dann kommt es nochmal zu mir, dann schreibe ich es nochmal um und dann geht es nochmal an allen Bandmitgliedern vorbei und am Ende haben wir dann ein fertiges Produkt. Und das muss tatsächlich Sinn machen und das tut es ganz oft nur, wenn ich mich auf mich selber berufe quasi. Bei Zuckerwasser denke ich ein Song über die Freundschaft oder? Jugend, das ist das allgegenwärtige, endlose Thema Jugend bei Jupiter Jones. Ich saß ja gerade, Klassenfahrt, wenn wir unterwegs sind. Und das ist halt echt so eine Erinnerung. Es ist so eine halb fiktive Geschichte. Also, es geht eigentlich um meinen besten Freund und mich, der mittlerweile auch Papa meines Paatenkindes ist und so. Also, wir sind immer noch beste Freunde. Und wir hatten, wir haben jetzt nicht am Dorfteich rumgehangen oder so, aber es ist auf jeden Fall halt so eine Geschichte. Also, eigentlich umreißt es das, was wir früher hatten, ganz gut. Und das wird, glaube ich, auch wenn ich noch 50 bin, werde ich noch Texte darüber schreiben, weil ich finde, Jugend ist eine fantastische Sache. Das ist eine ganz tolle Sache, ja. Also, du schwelgst auch gerne so in der Vergangenheit, in Erinnerungen. Ja, in Erinnerungen. Also, ich bleibe nicht in der Vergangenheit stecken, aber ich erinnere mich sehr, sehr gerne an früher, aber ich hatte eine tolle Jugend. Und also, da ist so unglaublich wenig schief gelaufen. Ich glaube, das können sich viele nur wünschen. Leider Gottes können sich das viele nur wünschen. Und deswegen schreibe ich da gerne drüber, ja. Wie haben es denn die englischen Sätze in anderthalb Sommer reingefunden? War das jetzt deutsch? Ich glaube nicht. Wenn du ein S wegmachst, dann, das ist eine kleine Reminiszenz an einmal Hot Water Music. Also, erstens mal an einer der wenigen Bands, auf die wir uns alle einigen können. Das ist relativ schwer, halt echt so Konsens oder so Schnittmengen-Bands zu finden bei uns. Und an die Allmächtigen The Cure und Just Like Heaven. Weil das, ja. Und es hat beides super gepasst. Und gerade dieser erste Satz, einmal am Rooftop Screening, ist halt so ein halbes Zitat aus einem Hot Water Music Song. Und wir haben den Song im Proberaum gespielt. Und dann so, ja, da muss so ein Hot Water Music Feeling rein. Und dann war es auch tatsächlich der erste Satz, der mir eingefallen ist, der da reingepasst hat. Und der hat auch Sinn gemacht. Und jetzt ist er da. Ich finde ja auch irgendwie vom Booklet her ist das ja wieder. Ich meine, ich habe ja langsam so bei, wenn ich die Lyrics lese, in Booklets immer so Schwierigkeiten so. Aber bei euch ist das wirklich sehr gut gelöst. Also trotz der unterschiedlichen Schrifttypen irgendwie konnte man das selbst im halbdiffusen Licht irgendwie ganz gut lesen. Also es ist... Es gab da so eine Diskussion vorher, weil unser Schlagzeuger meinte, das wäre nicht so gut leserlich. Aber irgendwie haben wir das nicht so empfunden. Deswegen aber gut, dass du es jetzt bestätigst. Definitiv, absolut. Und dann hinten drauf sind noch so ein paar schicke Fotos. Ja. Jetzt müsste man... Also wir können es ja dann im Nachhinein irgendwie... Oder wie machen wir denn das jetzt am besten? Ich habe nämlich auch so ein paar Fotos mitgebracht. Wir können mal kurz in die Kamera halten. Nikolas hält mal das Mikro bitte. Sehr gerne. Herzlich willkommen bei Jakaludas Musikmagazin. Das ist ein paar Fotos von mir. Da könnt ihr vielleicht zwei, drei irgendwie ausgucken und da eine kleine Bildanalyse machen. Oder eine Bildbeschreibung. Ich wollte gerade noch fragen... Ich wollte gerade noch fragen, welcher von denen denn du bist. Aber dann habe ich auf dem nächsten Foto... Ich sitze nicht auf dem Plastik. Hervorragend. Alter, der Polunder, ne? Hast du ihn noch? Gott sei Dank nicht. Den könntest du aber noch tragen. Ne, ich bin halt bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Oma sorgte im Prinzip dann für meine Kleidung so mehr oder weniger. Und das war halt so ihr Stil eigentlich eher... Kannst du tragen. Also ich finde ja, die Tapeten, ne? Also die Tapeten. Großartig. Hier und da auch. Es ist... Das passt schon psychologisch, oder? Es ist ein Traum. Es ist ein kleiner Tapetentraum. Schon tapetenmäßig ging so einiges bei euch, ne? Ja, könnte man so sagen. Ist das hier sein? Na, ist mein Onkel. Sein Onkel. Der Olibart wird dir auch ganz gut stehen eigentlich, glaube ich. Eher so ein geiler, geiles Teil hier. Also den Schnauz fand ich vorher immer so oder früher so. Oder finde ich eigentlich auch so. Jetzt noch so. Wenn dann so, ne? So. Ja, ne? Das... Ja. Ich würde gerne. Aber ist schwierig bei mir. Theoretisch ginge das schon. Ich müsste das mal so rasieren, dass ich außenrum das alles immer kürze und das einfach stehen lasse. Das würde ich mal... Das mache ich mal. Trucker Mike. Hervorragend. Ich freue mich jetzt schon. So. Oh, da ist auch... Da geht frisurenmäßig auch so einiges. Mein Papa hatte original auch früher eine Zeit lang so eine Frisur. Mein Papa sah tatsächlich aus wie der junge Howard Carpendale auch. Nicht schlecht. Der Specht. Das war mein Onkel Gerd aus Salzgitter. Oder Großonkel. Oder Großonkel. Gerd aus Salzgitter. Onkel Gerd aus Salzgitter. Oder Mann. Du hast... Aber was man sagen muss ist... Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Du hast ein charakteristischeres Kinn, als man glauben sollte. Weil der Bart es kaschiert. Aber man erkennt dich tatsächlich am Kinn. Ja, sofort. Ja. Ich sage ja immer so, ich habe so dieses Jay Leno Kinn. Und ich meine, der hat auch eine Late Night Show. Selbstverständlich. Und manche vergleichen mich auch mit dem Kollegen Raab, aber naja. Nein, 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 ich wäre jetzt eher in Richtung Quentin Tarantino gegangen. Der hat doch auch so einen Charakter-Kinn. Auch guter Vergleich. Aber als Kind musste ich sehr drunter leiden, ehrlich gesagt. Das war irgendwie so, Pferdekopp kommt an und so. Das war schon... Oh nein. Also das ist jetzt... Hier darf man ein Kautham sein. Jawohl, ihr alten Saftsäcke da aus der Schule. Und wer ist jetzt in Fernsehen drin? Er nämlich. So, fertig. Ja. Genau. So, jetzt müssen wir nur noch zum Schluss den Titel klären. Das Gegenteil von allem. Da haben wir, glaube ich, noch nichts zu gesagt. Wie kam es zu dem Titel? Wenn wir das wüssten. Zufallsprinzip. Ja, tatsächlich ein Zufallsprodukt, das dann ganz gut gepasst hat. Ich habe mich mit einer Bekannten unterhalten. Und ich wollte ihr eine Situation erklären, die eigentlich nicht zu erklären war. Und meinte halt dann irgendwann aus der Verzweiflung, das war irgendwie das Gegenteil von allem so. Und dann habe ich sie sofort angeguckt und meinte, Google bitte auf der Stelle, ob es das gibt. Und dann hat sie das gemacht, gab es noch nicht. Ich habe das mit ins Studio gebracht und habe es einfach mal so als Vorschlag in den Raum geworfen. Manchmal gibt es ja auch Alben-Titel, die halt einfach gut klingen. Und dann meinte aber unser Schlagzeuger, der Hon, sofort, das passt aber hervorragend auch als Beschreibung der Musik. Weil mittlerweile ist es halt so, wenn irgendjemand behauptet, das ist Punkrock, dann gehen die Punker auf die Barrikaden. Popmusik ist es ohne Zweifel, aber dann ist es halt auch vielen klassischen Urpoppern dann doch schon wieder zu viel Rock. Und wir sitzen sehr bequem und sehr glücklich, aber halt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und deswegen halt das Gegenteil von allem. Und tatsächlich ist also diese Geschichte, bei der dieses Satzkonstrukt entstanden ist, die hat echt auch Einfluss auf alles, was auf dem Album passiert ist. Aber das dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde, bis ich das wirklich adäquat erklärt habe und alle pennen weg. Aber es ist, unterm Strich ist es eine hervorragende Beschreibung für unsere Musik. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das auch als Schlusswort. Hört auf alle Fälle mal rein und wir hören jetzt gleich noch ein bisschen akustisch hier was. Und dann haben wir die Fanfragen noch für euch, die gibt es natürlich wie immer bei uns auf der Homepage unter www.jagalu.com. Vielen Dank Sascha, vielen Dank Nikolas. Jupiter Jones in the House. Jupiter Jones in the House.